Musik Wir sind gerade auf dem Weg zu einem kleinen Waldhäuschen, daneben steht es so schon, die Feuchenbilder oder Flugmaschinen, keine Ahnung, ich denke schon, diese Aussehen wie von 1900, schieß mich nicht tot, mit dabei ist, meine Freundin, die ich gerade mit meinem Gimbal gestoßen habe. Und ich fülle mir kurz auf den Dachboden hoch, was schon besser gibt, vielleicht kostbare Schätze. Musik, Silber, Gold, weitere Bodenhäfte, weitere intime Tipps. Du bist ein bescheuer. Hinter dir ist auch was. Und ich finde das irgendwie letztendlich in der Zeit immer in den Locations. Okay. Musik, Silber, Gold, were you lost? So easy to be us. We log ourselves up from the world where you lost. Musik, Silber, Gold, were you lost? Musik, Silber, Gold, were you lost? Musik, Silber, Gold, were you lost? Also hier sind jetzt genau 30 Jahre her, also das hat mich schon ziemlich wundern. Ich habe 1991 verlassen und die Decke ist noch dran, alles, also für ein Häuschen, für ein ganz normales Haus. Glaube ich nicht, glaube ich wirklich nicht, nee, nee, da habe ich andere Fragen gemacht, nee. Und all I need is you. It's so easy to be us. We love ourselves from the world we're lost. It's so easy to be us. We love our cancer from the world we're lost. Hey, das ist nicht wach. Das ist doch nicht wach. Das ist doch echt nicht wach. Wie geil. Wie geil, wie sieht das hier aus? Ey, das fläscht mich hier übelst. Das fläscht mich hier übelst. Klein aber fein, ja? Ja. Das erinnert mich so an das... Hm. Hm. Okay. Spiegelbild. Schlimm sowas. Intime Sockmethode. Sag mal, wieso finde ich eigentlich in jedem des Places solche Ferkeleien? Wie geil ist denn das? Was? Wie geil ist denn das? Ja, oder? Wobei ich der Meinung bin, das ist nur ein Gartenhäuschen. Also, glaube ich nicht, dass es hier jemanden über Hause hatte. Und, äh, ich... Ich fülle mir kurz auf den Dachboden hoch, was schon besser ergibt. Vielleicht kostbare Schätze. Musik. Silber. Gold. Weitere Bodenhefte. Weitere... Intime Tipps. Du bist so bescheuert. Hinter dir ist auch was. Und ich finde das irgendwie letztendste Zeit immer in den Locations. Okay. Vielleicht bin ich dafür sehr empfänglich. Vielleicht bin ich dafür sehr empfänglich. Hopp, dann hast du nur 32. Ja, weiß ich. Boah, da ist wirklich was. So ein Liederdings. Komm mal kurz. Was? Was meinst du denn, was das sein könnte? Wo denn? Siehst du das hier nicht? Keine Ahnung. Könnte aber Laterne sein. Ja. Ja. Das wäre... Ich würde mal gucken. Wenn du willst. Ich würde mal gucken. Da vorne leuchtet mein Auto. Wunderschön. Und ich sag erstmal hier, mit diesem wirklich wunderschönen Teil, mit diesem wunderschönen Teil, Erstmal bye-bye, schenkt mir ein Abo, das war übelst mega geil und schaut mal bei meiner Freundin auf ihrer Instagram-Seite. Josy for the Cravy mit 2K18. Bye-bye. Vielen Dank.